Ho, 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 liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 14. Türchen meines Bücher-Highlight-Adventskalenders. Heute mit einem Buch bzw. einer Reihe, zu der ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen muss, denn es ist Nevernight von J. Christoph hier, stellvertretend der erste Band, das Spiel, nein, der zweite Band, das Spiel, das erste Band, das ist nämlich die Prüfung, während der dritte Teil dann die Rache ist. Und es ist High Fantasy, wie ich sie liebe. Wir beginnen aber mit der Vorgeschichte, dass ich lange gar nicht wusste, was dieses Buch eigentlich ist, warum es so viel gehypt wurde und dann kam Anfang des Jahres der dritte Teil heraus und zwei, drei meiner liebsten Booktuber-Kollegen haben dann davon geschwärmt, und dass man die Reihe jetzt endlich an einem Stück lesen kann. Und die liebe Becky und ich haben das dann auch getan. Wir haben die Hörbücher gehört, die großartig vertont sind. Und also ich kann da wirklich nur sagen, von Robert Frank, wirklich großes, größtes, größtes Hörbuchkino. Und ja, ich bin immer noch geflasht. Wir treffen hier auf Mia, die ihren Vater verloren hat, weil er scheinbar etwas gegen die Krone gemacht hat, dessen Mutter in ein Gefängnis gesteckt wurde mit ihrem kleinen Bruder und sie gerade noch so entfliehen kann. Sie hat als Begleitung eine Schattenkatze, keine wirkliche Katze, sondern eben eine Nichtkatze, Mr. Freundlich, Herr Freundlich, irgendwie so. Und der kann ihre Ängste zehren und ernährt sich von diesen, hält sich aber in ihren Schatten auf. Und ja, Mia kann fliehen, trifft auf einen Bücherantiquariat, der aber viel mehr ist, denn er bildet Assassinen aus und steckt sie dann zur Roten Kirche, damit sie die Beste wird, damit sie Rache nehmen kann an den Mördern ihres Vaters und ja, an der Zerstörung ihrer Familie. Und so verfolgen wir Mia relativ lange durch die verschiedensten Passagen in ihrem Leben, über drei Bände hinweg, über, ich glaube, 2500 Seiten hinüber. Und es ist High Fantasy, die großartig ist. Wir haben hier eine Assassinen-Ausbildung. Wir haben hier Mia, die doch etwas mehr ist als einfach ein normales Mädchen. Sie ist eine Dunkelin, die eben ihre Kraft auch aus den Schatten ziehen kann und den Schattentieren. Und es ist unglaublich groß, es ist episch, es macht unfassbaren Spaß, es hat uns wunderbar unterhalten. Es ist sehr brutal, es ist explizit Gewalt, das muss man ganz klar wissen und auch mögen. Er wird eingestuft in Richtung Dark Fantasy. Ich würde das auch keinem Jugendlichen empfehlen, sondern ich sage mal so ab 16 würde ich, wenn es jetzt ein Film wäre, sagen, schaut euch das an. Wenn euch Game of Thrones nicht zu viel war, dann ist Nevernight auch absolut richtig für euch. Oder auch die Hexer-Saga kann man ganz gut von den expliziten Gewaltszenen, aber auch von den erotischen Anteilen definitiv dazu nehmen. Beides ist hier erzählt und ich dachte am Anfang schon, huch, gerade die erste Szene, da war ich so kurz im Überlegen, ist das was, will ich das wissen, geht das in eine Richtung, die ich mag. Ich habe es abgöttisch geliebt. Ich konnte nicht mehr genug bekommen von dieser Reihe, die so groß war, die bildvoll war, die gewaltvoll war. Da ist so viel manchmal auf 50 Seiten passiert, dass wir wirklich dachten, wie kann das in einer Stunde Erzählzeit alles geschehen, was so viele Wendungen hat, so viel anderes. Wir haben hier eine Welt, die auch einfach mal innovativ ist, die was Neues präsentiert, die auch mir als Badass-Protagonistin einfach großartig macht und die einfach toll ist, die mir unglaublichen Spaß gemacht hat und ihren Weg mitzugehen, die Charaktere mit kennenzulernen und natürlich auch vom Kater ganz angefangen über alles andere, was hier irgendwie folgt. Und es gibt einfach so viele Wendungen und Ideen, die J. Christoph umgesetzt hat und das macht er alles sprachlich auch noch mit einer Kunst. Er packt uns, er zieht uns rein, er lässt uns aus dieser Welt nicht mehr raus und am Ende, nach Band 3, habe ich mich wirklich wie ausgespuckt gefühlt. Ich stand auf einmal da und dachte, das war's, das war's. Ich bin mit dem Ende sehr fein, ich fand das sehr gelungen, ich fand es sehr treffend, ich fand es sehr passend. Ich habe mitbekommen, dass manche das Ende nicht ganz so feiern und gut fanden, ich mochte es wirklich sehr, ich hatte große Freude damit. Mir hat die ganze Reihe einfach unglaublich gut gefallen. Es gab für mich keine Länge, keine Seite, war zu viel, alles war unterhaltsam. Man kam überhaupt nicht zum Atmen, sondern es war spannungsgeladen und es gab wirklich Momente, wo was nervenzerreißend war und wir dann auch ein bisschen über unsere eigentlich geplante Tageshörzeit gehört haben, weil es uns einfach so gepackt hat, so gefesselt hat und so, so viel Spaß gemacht hat. Und großes, großes Bücherkino, es ist High Fantasy, wie ich es liebe, wie ich lange dachte, dass ich es vielleicht gar nicht mehr finde, dass mich sowas nochmal so begeistern und einziehen kann. Aber ich habe dieses Jahr gemerkt, dass gerade High Fantasy mich immer doch sehr noch einspannen und einziehen kann und großartig. Ganz, ganz tolle Geschichte, tolle High Fantasy. Ich freue mich sehr auf weitere Bücher von J. Christoph. Bin mega gespannt, was uns von ihm noch erwartet und kann Nevernight absolut nur empfehlen. Wahnsinn! Besonders auch die Hörbücher. Robert Frank hat das unfassbar gut vertont. Also er kommt bei mir definitiv aufs Podest. Der Hörbuchsprecher, weil er unglaublich eine Atmosphäre geschaffen hat und es gibt hier eben auch einen Erzähler, der mit uns Lesern spricht. Und auch das hat Robert Frank einfach Hammer gemacht. Es gibt Fußnoten, die manchmal zum Schreien komisch sind. Alleine, wenn die Personenregister erzählt werden, das ist so spannend und unterhaltsam. Ich komme hier gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Großartige Reihe, die ich bestimmt demnächst bald irgendwann wieder rereaden werde, die einen ganz besonderen Platz in meinem Regal bekommt und die mich wirklich absolut mehr als begeistert hat. Und das war es nun auch schon, das heutige Türchen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren 14. Dezember. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.